viel Ja, ich arbeite viel. Marie studiert viel. Johann arbeitet auch viel. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, plus, minus, wieviel? Wie viel ist zehn plus zehn? Wie viel ist zehn plus neun? Wie viel ist zehn plus acht? Euro Fünf Euro Zehn Euro Fünfzehn Euro Haben Ich habe fünf Euro. Er hat nicht fünf Euro. Was hat er? Dollar Ich habe zwei Dollar. Wir haben siebzehn Dollar. Hat Johann Euro oder Dollar? Rubel Er hat vierzehn Rubel. Wir haben neunzehn Rubel. Hat Marie Euro oder Rubel? Der, die, das Der Freund Die Freundin Das Kind Die Der Freund und die Freunde Die Freundin und die Freundinnen Das Kind und die Kinder Der Freund und die Freunde Ich habe einen Freund Ich habe zehn Freunde. Wir haben fünfzehn Freunde. Der 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 Wer